50.000 Euro muss Fettkomödie an Oliver Pocher zahlen. Wir alle erinnern uns an den Vorfall und an die berühmte Ohrfeige. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer Thematik, mit der ich euch natürlich, oder über die ich euch natürlich updaten muss. Ohne Frage. Wir packen hier in die Videobeschreibung unten nochmal den Link zu meinem vorherigen Video dazu rein. Sehr interessant. Und jetzt hat das Landgericht Frankfurt entschieden. 50.000 Euro für diese wohl viralste Ohrfeige, die es bisher zumindest in der deutschen Promi-Szene gegeben hat. Zu dem, was passiert ist, muss ich gar nicht mehr viel sagen. Die Frage ist vielmehr jetzt mal alles vorausgeschickt. Ist das gerecht oder ist das nicht gerecht? Was denkt ihr darüber? Ich kann euch sagen, als Jurist aus meiner täglichen Praxis, eine so extrem hohe Geldstrafe hätte auch ich nicht erwartet. Es ist so, dass einmal eine Geldentschädigung gewesen ist, 45.000 Euro und ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro. Man muss auf der einen Seite immer unterscheiden zwischen Schmerzensgeld und Schadensersatz. Schadensersatz bekommt man immer nur für einen tatsächlich eingetretenen Schaden. Das darf man nicht vergessen. Also als Beispiel, wenn jetzt mein Auto kaputt gemacht wird, dann habe ich einen Schaden am Auto von 20.000 Euro und diesen Schaden bekomme ich dann auch ersetzt. Schmerzensgeld wiederum ist eigentlich nichts Greifbares als solche. Wir alle haben hier natürlich den harten Schlag gesehen, gar keine Frage. Aber 5.000 Euro für eine Ohrfeige ist auch schon, würde ich sagen, im oberen Bereich, wenn man sich sonst mal anschaut, was man so durchschnittlich an Schmerzensgeld bekommt, ohne Witz, das ist in Deutschland wirklich gar nichts. Also da bekommt man für, keine Ahnung, 5.000 Euro, da hat man schon die Nase gebrochen, den Kiefer, dass man dann im Rahmen eines Strafprozesses zumindest mal so viel bekommt. Das war jetzt der Zivilprozess, nicht der Strafprozess. Im Rahmen des Zivilprozesses, der immer neben dem Strafverfahren läuft. Also das dürft ihr nicht verwechseln auf der einen Seite, Leute, das Strafverfahren. Da ist die anklagende Behörde, die Staatsanwaltschaft. Und im Zivilverfahren, Zivilrecht betrifft immer Bürger-Bürger-Verhältnis, da geht es rein um das Verhältnis Fat Comedy und Oliver Pocher. Die stehen sich gegenüber im Zivilprozess. Fat Comedy muss sich im Rahmen des Strafprozesses mit der Staatsanwaltschaft auf der Gegenseite auseinandersetzen. Gibt es natürlich noch das Institut der Nebenklage. Man hätte auch hier im Rahmen des Strafverfahrens die Nebenklage, also man hätte beantragen können, dass die Nebenklage zugelassen wird. Dann hätte Oliver Pocher mit seinen Anwälten auf der Seite der Staatsanwaltschaft sitzen können und hätte dann im Rahmen des Strafprozesses den Schadensersatz-Schmerzen-Sginalanspruch gelten machen können. Ist hier in dem Fall nicht angezeigt gewesen, weil wir so einen hohen Wert haben. Das hätte dann sicherlich auch die Kapazitäten des Strafgerichts überschritten, sodass hier schon alles richtig gemacht wurde, indem das Ganze vor dem Landgericht Frankfurt anhängig gemacht wurde. Aber Oliver Pocher wollte ja viel mehr. Die Anwälte wollten 100.000 Euro haben. Ich habe das ja in einem meiner letzten Videos schon gesagt, das ist viel zu viel. Also viel zu viel im Rahmen dessen, was man sonst üblicherweise in Deutschland für solche Fälle bekommt. Ja, aber 50.000 Euro, krass. Das ist wirklich mal eine Hausnummer. Und fernab davon, ob man Oliver Pocher mag, ob man Oliver Pocher nicht mag, das harte Urteil ist schon in Ordnung, finde ich, vor dem Hintergrund der Medienwirksamkeit. Ja, das darf man wirklich nicht vergessen. Also niemand muss geschlagen werden, das habe ich auch schon mal im Video gesagt. Und auch, das muss man auch mal sagen, Fat Comedy hat sich im Nachhinein auch super präsentiert. Ja, also er hat mit seiner Art des Humors, also ich finde ihn sehr sympathisch, hat er das immer so ein bisschen spielerisch dargestellt. Aber ich glaube, er hat wirklich Verantwortung für das übernommen. Ich möchte auch wirklich hervorheben, dass er, wie ich finde, tatsächlich eingesehen hat, dass das als solches falsch gewesen ist, dass man jemanden in der Öffentlichkeit schlägt. Ja, und das muss man ihn auch hoch anrechnen. Da gibt es ganz andere, die komplett resistent sind und gar kein Schuldgefühl haben. Das ist bei ihm anders. Also ich glaube, er hat da eine echt sehr, sehr positive Entwicklung gezeigt. Und diese 50.000 Euro, ich meine, die stehen jetzt noch nicht fest, die sind noch nicht in den Steig gemeißelt. Der Anwalt von Fat Comedy, Buka Bendiken, auch ein guter Kollege von mir, liebe Grüße an die Stelle, ein richtig guter, richtig guter Anwalt, hat angekündigt, das Urteil anfechtend zu wollen. Das kann er natürlich machen, auch im Rahmen eines Zivilrechts geht das problemlos. Wenn es aber rechtskräftig wird und man dann sagt, okay, es steht hier auf dem Papier diese Zahlung von 5.000 Euro auf der einen Seite und die 5.000 Euro Schmerzensgeld auf der anderen Seite, dann ist das ein Titel, der nicht in die Privatinsolvenz fällt. Das bedeutet immer dann, wenn man eine Forderung aufgrund der unerlaubten Handlung einer anderen Person hat, unterfällt das nicht in dem Bereich der Schulden, die durch die Privatinsolvenz weggehen. Man hat also keine Möglichkeit, diese Forderung zu umgehen. In dem Fall, mit hingesprochen, Fat Comedy kommt nicht drumherum eine Insolvenz um die Zahlung, indem man eine Privatinsolvenz anmeldet, was er sicherlich eh nicht machen wird. Ja, aber nur das einmal, weil viele, ja das auch immer sagen, ja mach mal Privatinsolvenz, dann scheiß auf das, was man schuldet. Nein, bei Straftaten aus unerlaubter Handlung geht das nicht. Ich hatte selber mal ein ganz großes Brandstiftungsverfahren, zusammen mit einem Versuch im Mord und da ist das ganze Haus quasi abgefackelt. Man kann sich vorstellen, was da für Schäden entstanden sind und was für Forderungen da die jeweiligen Eigentümer dann an die Beschuldigten gehabt haben und stellen konnten. Und weil das eine unerlaubte Handlung war, auch da, die Kids waren damals erst 18, 19 und 20, glaube ich, es waren mehrere Täter, die kommen da auch nicht mehr drumherum. Es waren Schaden im hohen Millionenbereich, den kann man nicht durch die Privatinsolvenz entgehen. Das Strafverfahren auf der anderen Seite, das läuft in Dortmund und da wird im September die Hauptverhandlung erwartet, meine ich. Ja, im September ist da die Hauptverhandlung erwartet und im Rahmen des Strafverfahrens geht es darum, wie wird Z-Comedy für das, was passiert ist, sanktioniert. Gibt es da eine Geldstrafe für, die kann völlig problemlos neben der zivilrechtlichen Forderung bestehen, ja, weil die Geldstrafe ist eine Sanktion. Das ist keine Entschädigung von Oliver Poch, sondern es ist eine Sanktion des Staates. Oder natürlich auch eine Bewährungsstrafe ist möglich. Ich glaube aber, er hat gelernt, eine Bewährungsstrafe, denke ich mal nicht, dass dabei rauskommt und er hat einen sehr, sehr guten Verteidiger. Möglicherweise kann das Verfahren auch eingestellt werden mit einer Entschuldigung im Hinblick auf die zivilrechtlichen Folgen, die FED-Comedy treffen, sprich diese extrem hohe Geldzahlung. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch wieder die Abschreckungswirkung nicht zu unterschätzen. Aufgrund der Medienwirksamkeit dieses Falles kann es auch sein, dass das Gericht da doppelt und dreifach hinguckt. Denn, das habe ich ja auch schon zigfach erklärt und gesagt, einen prominenten Bekannten zu vertreten oder auch einen prominenten Bekanntenfall zu vertreten, ist nie ein Vorteil. Es ist immer nur ein Nachteil. Immer nur. Weil irgendwie immer noch in den Köpfen ist, dass jeder prominente Multimillionär, Milliardär, der jetzt eh genug Geld hat und eh alles nur gemacht hat, weil er abgehoben ist. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man prominente Leute vertritt. Wirklich, das ist einfach so. Und auf der anderen Seite natürlich der mediale und der politische Druck. Ja, also der politische Druck ist eh der größte. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, als Strafverteidiger sind wir nur so ein bisschen Marionetten in einem großen Ganzen. Ja, das ist nun mal einfach so. Wir sehen ja auch immer die Richtung, gerade wenn die Innenminister sagen, wir zerschlagen, ist die Clan, wir zerschlagen, ist die Rocker, wir machen dies, wir machen das. Da merken wir Juristen das ja auch in unserer täglichen Arbeit. Denn wo du vorher, bevor so eine Berichterstattung draußen war, eine Einstellung hinbekommen hast, kriegst du jetzt keine mehr. Ja, weil der Innenminister gesagt hat, so, wir müssen jetzt besonders hart gegen Bandenkriminalität von Rockern vorgehen oder so. Ist nicht richtig, hat auch nichts mit dem zu tun, was man als Jurist mal gelernt hat. Aber war es nun mal die Praxis? Und dieser Nachteil, der kann natürlich auch, oder der kann natürlich auch fett Comedy treffen hier. Aber gerade in Dortmund, muss ich sagen, sind die Richter eigentlich auch sehr fair. Mal gespannt, was da raus wird. Aber jetzt ist es erstmal so, 50.000 Euro, eine extrem hohe Summe. Wie findet ihr das? Haltet ihr das für angemessen oder nicht? Ich hatte es ja auch schon mal in einem meiner letzten Videos gesagt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sich Oliver Pocher jetzt ein paar Monate krank schreiben lässt und dann die ganzen Verträge über die entgangenen Aufträge, die entgangenen Shows und das alles einreicht und im Wege auch natürlich des gangenen Gewinns fett Comedy in Rechnung stellt. Ich denke mal, dass es nicht passiert, zumindest nicht im vollen Umfang, sodass es hier zumindest trotzdem zu dieser extrem hohen Forderung gekommen ist. Auf der anderen Seite darf man eine Sache vielleicht nicht vergessen, Oliver Pocher hat zur Hälfte dennoch verloren. Denn er wollte ja viel mehr haben. Er wollte 100.000 Euro haben, die Hälfte wurde zugesprochen. Damit hat er zumindest zum Teil verloren. Macht jetzt den Rat nicht fett in dem Sinne, aber rein streng juristisch ist das so zu sehen. Diese 50.000 Euro im Übrigen, die setzen sich ja zusammen aus 5.000 Euro Schmerzensgeld und 45.000 Euro Entschädigung für die Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Ja, also steht außer Frage, niemand will so dargestellt werden in der Öffentlichkeit. Und es wurde dann auch noch gepostet und hätte man das reingelassen, wäre es um einiges günstiger geworden. Oliver Pocher wollte ursprünglich 90.000 Euro dafür haben und 10.000 Euro Schmerzensgeld. Die Hälfte wurde zugesprochen, ist immer noch sehr, sehr viel. Sind wir jetzt mal gespannt, was das Strafverfahren gibt. Ich habe es gerade noch mal kurz nachrecherchiert. Oliver Pocher wird da als Nebenkläger auftreten. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mir ist wichtig, was denkt ihr darüber? Angemessen, zu wenig, zu viel. Gebt mir Feedbacks und wie gesagt auch bitte keine beleidigen Äußerungen oder sowas, sondern lasst uns versuchen auf den Sachverhalt als solches zu konzentrieren. Vielen, vielen Dank. Ich bin so glücklich, wieder ein Video gedreht zu haben. Und als kleinen Spoiler, zwei Büros weiter. Bauen wir gerade ein Büro um für die nächsten Videos mit noch mehr Themenfiltern. Wir werden ganz viele Rechtsgebiete jetzt behandeln. Wir haben verschiedene Leute dafür noch ins Brot. Also es wird so geil werden. Freut euch mal auf die Zukunft, auf die nahe Zukunft noch. Diesen Sommer wird das realisiert werden. Vielen, vielen Dank. Wenn was ist, wie immer, folgt mir auf Instagram, folgt dem Channel. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch zurück zu sein. Dankeschön. Vielen Dank.